Moinsen und herzlich willkommen zu Game of Thrones. Wir sind endlich an der sechsten Episode angelangt und das ist auch die letzte. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Wir starten direkt mal rein, lassen es schon mal laden und mal schauen, was uns erwartet. Ich bin super gespannt. Als letzte Episode. Mhmm, ja, wir haben das Battle gemacht. Es gibt, glaube ich, ein schönes End-Battle für uns. Haben wir nicht in der letzten Folge? Haben wir nicht Roderick verloren? Oh, die letzte Aufnahme ist schon länger her. Es geht wieder im... Ein durch, die Aufnahme, das wisst ihr, ja, das heißt... Für die nächsten Folge gibt es natürlich keine Anmoderation. Das kennt ihr ja schon. Und mal schauen. Ui, stimmt. Wir haben die Wache ja getötet. Das ist ja schon ganz lange her, das Episode 3... Ne, 4 müsste das sein. Dann haben wir ein Dolch weggeworfen, genau. Oh, Episode 1. Ach, der Arme. Stimmt, die Wire... Ja, die Skelette von der White Walkman haben uns ja angegriffen. Ei, 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 ei. Ja, der Arme. Roderick. Wir haben ihn geopfert. Ich habe mich noch entsinnen. Fuck, ey. Oh, wir mussten Asher retten. Das hat sich angehört wie Jon Snow. Ah, Karte. So, wir gucken erstmal noch. Ah, man, hier mit die Sternkontestation. Unser Siegel. Ja, wahrscheinlich da drin. Und dann gibt es noch den Elefanten. Und was ist hier unten? Okay, ja, aber wahrscheinlich... Bin ich mal gespannt. So, erstmal... Die Northern Light. Das ist schon... Das ist schon mal was. Okay, natürlich die Sternkonstellation. Ist das das dafür? Eis-Dragon? Keine Ahnung, das sieht aus wie ein kleiner Wagen. Was? Ich wollte noch das dritte mir angucken. I did find it. Yes? Na, ja, wenn er stirbt, ist sie, glaube ich, super sauer. Und wer verfolgt uns da? Oh, ja. Und der kommt dann nochmal wieder oder so? War da irgendwer im Hintergrund? Oh, die ist dann sauer auf uns. Aber wir werden es wahrscheinlich doch machen. Ja, dann passen wir auf seine... You can count on me. Yep. Natürlich. Oh, Nachtschatten. Nachtschattengewächs, stimmt. But I could use it. Sehr schön. Ja, müssen wir jetzt... Ich hoffe, wir müssen kein Minigame machen. Ja, dann swipe ab. Zack. Easy. Oh Gott, was war da? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Erstmal berühren. Oh, nicht, dass das ein Wolf ist irgendwo. Oh Gott. Oh Gott. Oha. Erstmal anfassen, ist ja klar. Oh. Oh, da ist ja auch was in der Nähe. Hast du das nicht gesehen? So, exterminate. Oh, die Hüttke will jetzt noch was machen. Dann geht er ja nicht aus der Ansicht raus. Oh. Exit. Das ist doch hier so ein... weißer Baum. Schon mal reinpusten oder was? Das ist doch ein Riss-Baderei. Wie gesagt, geht da nicht hin. Die Kameraführung ist so ganz komisch. Oh Gott, wir opfern den doch jetzt bestimmt. Okay. Oh Gott. Ich habe ein Minigame. Was? Weg, weg, weg. Oh Mann. Ren doch. Oh, haben wir es noch geschafft? Komm. Rück doch. Mit Kotter schaffen wir das doch. Oh Gott, da können wir noch X drücken. Glück gehabt, nur... Wir kommen wahrscheinlich nicht mehr rüber jetzt. Hä? Ach, der Kotter, der braucht mal die Blumen. Ach, einfach rein da. Was muss doch noch selbst laufen hier? Was ist das denn? Ich sag, es wird dunkel. Uh. Ich glaube, es gibt noch ein bisschen Fledermäuse oder so. Oha. Nice. Und solange, dass nicht die Kinder des Waldes sind oder so. Verraten uns doch. Verraten uns doch. Wer weiß. Okay, wo geht's jetzt weiter? Ach, immer noch bei Garrett. Da spielen wir die Story jetzt auch zu Ende. Immer mit den jeweiligen Charakteren. Bin mal gespannt. Oha, da ist ja ein Dorf. Mit Man-Wildling. Come on, Kotter. Ach so, er ist das. Oh man, so ein hier, wie heißt denn sie? Was zur Hölle? I'm a Forrester. Oha. Ah, dann genießen wir jetzt nochmal das letzte Mal. Das Intro. Dang. Sehr geil, der Start mit Garrett. Und die haben wir wohl... Ich glaube, die sind gut dabei. Also, dass sie uns helfen, weil wir gesagt... Zum Glück haben wir gesagt, dass wir sind Forrester. So, wo können wir jetzt noch landen? Bei Usher, weil Roderick ist tot. Eine. Und bei Mira können wir landen, oder? Das sind drei. Oder haben wir noch wen vergessen? Nee, wir haben mal vier Leute gespielt. Hm. Eigentlich müssten wir jetzt mit Mira spielen, um... Äh... Usher zu helfen. Erstmal, denke ich. Ah, das ist ja die beste Intro der Welt. Ich rede natürlich rein. The Ice Dragon. Der Bock. Oh, wir spielen Mira. In King's Landing. Kenton Model. Okay. So. Wo klopfen wir jetzt eigentlich? Haben wir jetzt... Ach, wir haben das doch mit Tyrion richtig verkackt. Lüsten. Okay, wir gehen mal rein. Oh, Marjorie. Oha. Das kriegt sie auf den Sack. Ist es etwas falsch? Hm? Oh, ich hasse sie. Oha. 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 Das klingt nicht so, wie Sarah. Wir machen... ...bisschen Verteidigung. Ich hatte keine Ahnung. Wirklich. Hälfte die Servanten in der Kiefer sprechen über das, aber irgendwie bist du in der Nacht? Wo ist mein Seel? Ich habe es in Wochen gesehen. Wann du, wo es ging, Mira? Wann du, dass unser Thief hier auch gepackt hat? Meine Frau, bitte. Ich würde nie von dir auszutaten. Ich habe noch zu treffen, den Thief, der... Ja, wir versuchen einfach mal. Ich habe das Seel, meine Frau. Sack, wir sagen wenigstens die Wahrheit. Irgendwie müssen wir ja durchkommen. Durch das Ganze. Ja, das glaube ich. So, wir machen... ...misschenk. Oh man, wir versuchen uns jetzt irgendwie unsere Haut zu retten. Ja, okay. Ah, wir sagen die Wahrheit. Okay, wir wollen nicht mehr für Marjorie arbeiten. Was du gar nicht? Ja, hoffentlich. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Oha. Hm. Mal gucken, ob das die richtige Entscheidung war. Ah, ich war mir nie sicher. Sie tat mir leid, die Sarah, zum Schluss. Aber so richtig. Mirra, warte! Nach dem, was du gesagt hast, Tarwick, ich sagte, ich würde nie wieder mit dir sprechen. Aber ich muss mich fragen, warum hast du Frau Marjorie mich nach Hause verholt? Ja, warum hast du den letzten? Es ist der Preis, aber es ist fertig. Es kostet mich viel. Aber was ist fertig, ist fertig. Ah, wir schaffen das schon. Vielleicht helfen sie mir dann doch noch irgendwie. So, wir helfen mir nochmal. Hm. Hm. Ah ja, die Spiele der Macht. Oh, was kommt jetzt? Oha. Ja. Haben wir. Sie hat uns jetzt... Ah, vielleicht hilft uns das jetzt wirklich noch irgendwie, dass wir ja jetzt doch die Gute waren. Ach, das ist ein. Nachdem. Ich rufe. Das ist ein. Ich rufe.